Musik Hast du dich schon einmal gefragt, woher die Zutaten mit deinem Kuchen kommen? Dann pass jetzt auf, denn wir zeigen dir, wie sie produziert werden. All diese Zutaten werden mit großer Leidenschaft und einem hervorragenden Fachwissen produziert. Alle Lebensmittel können durch eine ausführliche Dokumentation bis auf deren Ursprung zurückgefolgt werden. Musik Mais dient als Buttergrundlage für das Milchvieh. Die Silagequalität wird von vielen Punkten, wie zum Beispiel Erntezeitpunkt, Schnitthöhe und Verdichtung des Silagegutes beeinflusst. Die Ernte der selbstangebauten Pflanzen ist für jeden Landwirt jedes Mal ein Highlight. Musik 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 Kälber ist die Grundlage für ein langes und gesundes Leben der Tiere. Der Kot und Hahn unserer Tiere ist kein Abfall, sondern hochwertiger organischer Dünger, den wir im Pflanzenbau einsetzen. Mit Biogasanlagen, Windrädern und Photovoltaikanlagen liefern auch die Landwirte ihren Beitrag zur Energiewende. So wurden durch die Energiewende unsere Betriebe noch vielseitiger, die Arbeit mit der Natur noch intensiver und der tägliche Ablauf auf den Betrieben noch spannender. Um gute Wachstumsbedingungen schaffen zu können, ist eine gute Bodenbearbeitung unverzichtbar. Außerdem können dadurch Pflanzenschutzmittel eingespart werden. Um einen professionellen Ackerbau gewährleisten zu können, ist eine qualifizierte Ausbildung absolut notwendig. Ebenfalls erfordert unser Job eine ständige Weiterbildung, um den stetig wachsenden Anforderungen gerecht werden zu können. Eine ständige Weiterbildung und der Austausch mit Berufskollegen und Fachberatern ist notwendig, um mit dem rasanten Strukturwandel mithalten zu können. Die Büroarbeit nimmt einen immer größeren Anteil ein. Eine genaue Dokumentation der Produktionsverfahren ist absolut notwendig, um die hohen Qualitätsstandards, die deutsche Lebensmittel aufweisen, weiterhin gewährleisten zu können. Für viele junge Landwirte bietet die Büroarbeit eine willkommene Abwechslung zur Arbeit mit Tier und Maschinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017